Schönen guten Morgen, hier ist Radio F. Guten Morgen. Mein Gott, sei dir heute wieder witzig. Mein Gott. Ich wollte nur sagen, wie ich ein Bier nehme. Das beste Bier ist von der Norma, die Burgkrone in der Glasflasche. Ich denke am Tag sechs bis zehn Bier. Und du kriegst keinen Kopfweh und gar nichts. Dann sind Sie aber auch ein echter Genießer, muss man mal so sagen. Aber in der Glasflasche, nicht in der Plastikflasche, ne? Nein, in der Glasflasche. Plastik ist ja ganz, oh Gott, oh Gott. Plastik ist ja fast schon, ja, das ist ja schon, naja, ganz schlimm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist geschmacklich auch nicht so toll, weil das Bier ja auch das Plastik dann annimmt, aber... Genau, genau. Nein, die Glasflasche, Burgkrone hell ist. Also kühl, nicht warmbringend, sondern kühl. Ja. Und es ist sehr, sehr leicht hopfig und sehr aromatisch und echt lecker. Zu welchen Anlässen trinken Sie? Ich bin zugegangen, Nächste gehen, doch mal sechs bis zehn Bier. Doch, sie werden verteilt am Trauch. Okay, also gibt es keinen bestimmten Anlass, dass Sie sagen, mein Gott, die Feierabend jetzt... Nein, nein, nee. Ja, wenn wir Party machen, dann gibt es auch nur Burgkrone. Okay. Und es schmeckt halt bis jetzt jeden schmeckt. Na, dann sind Sie ja der beste Kunde, ne? Dann bedanke ich mal für den Anruf, ne? Und warte, der Preis, das kostet 31, glaube ich, 31 Cent plus Pfand. Und das sind mit einem guten Geschmack noch dazu. Wunderbar. Also ich sag, das Bier ist wunderbar. Es steht nur drauf, hergestellt für den Anruf, aber von wem weiß, das weiß keiner. Hm, da ist ja der Trick vielleicht auch dabei, dass es dann ein bisschen günstiger ist, ne? Das ist ein wahnsinniges Bier, ehrlich. Ja. Aber es schmeckt immer gleich. Es schmeckt immer gleich. Jetzt haben Sie mal einen gescheiten Tosch gemacht, jetzt hätte ich jetzt... Aber in der Arbeitszeit geht es natürlich nicht, ne? Da haben Sie es jetzt ein bisschen leichter, wahrscheinlich. Ja, aber ich freue mich an das Trinken, ja. Ich mache mir jetzt gerade das zweite auf. Oh, das ist toll. Da haben Sie doch recht. Das ist ja wunderbar. Danke für den Tipp. Tschüss. 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 Vielen Dank.